ja 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 da sind wir auch schon wieder bei gothic let's play gothic gothic ryan gothic und wir sind hier in der alten mine und wir wollten ja hier noch minecraft minecrawler nächstes aufmachen ach ja der hatte uns gesagt wir sollen uns noch templar besorgen ich suche den templar weißt du sind der korna masch und der korna kosch und der korna fras dann wollen wir mal hier leute zusammen trommeln ich wollte go anschätzen ich weiß wo das nächste kohle ist und werde hineingehen und etwas suchen aus dem kalum ein stärker das elixir brauchen kann dann wirst du meine klinge brauchen ich bin dabei gut wir treffen uns beim großen durchgang geil alter darf es wohl geil der durchgang ist dahinter so du bist auch dabei ich brauche deine hilfe ich bin auf der suche nach sekret für kalum und weiß wo sich das nächste kohle befindet wenn der durchgang geöffnet wird bist du dabei der kampf gegen krawler kostet blut wenn du mir einen heiltrank bringst bin ich dabei hier vielleicht hilft dir das kannst du auf meine stärke zählen wir treffen uns unten bei aska ich werde dort sein immer der andere der war nicht so eine musik warte mal so shit da haben wir das mikrofon tschuldigung das ist ja egal ich weiß nicht ich sag einfach noch mal so wir sind doch schon wieder hier bei gothic gothic rein gothic wir wollen hier die maincrawler zertflatschen und ich suche jetzt hier den kohars das war jetzt aber doof so ich suche hier ein paar von den templar von den kohars da die anderen kann man ja nicht fragen ich meine ich bin zwar mitglied im normal war aber als ob sie von denen einer dazu durchschringen würde mich dazu unterstützen aber jede furchtlosen drogenabhängigen die machen hat diese so high ich brauche deine hilfe ich bin auf der suche nach sekret für kalum und glaube zu wissen wo das nest der crawler ist wenn der durchgang geöffnet wird bist du dabei das nest der crawler endlich mein schwert kämpft für dich ja ja meinst du ich könnte dich auch noch mitnehmen templar ist auch dabei ich schnöne ich wollte nur so haben wir jetzt für jeden noch mal 250 erfahrungen gegrischt aber das soll heute noch stattfinden nicht erst morgen oder übermorgen oder nächste woche das heißt du musst dich mal ein bisschen schneller bewegen du musst dich mal ein bisschen schneller zur tür bewegen ich wollte das nämlich heute noch über die bühne bringen aber wenn wir jetzt schon drei leute brauchen und dann noch den aschgang da unten bula 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 ist das mikro jetzt unten ja hab ich ja irgendwie runter geholt runter geholt wir wärmen uns hier noch in der höhle ist ein bisschen kalt dann wärmen wir uns hier noch am feuer man kann sich nicht drucken das ist komisch also alleine hier müsste ich jetzt schon wieder dran kleben weil es zu heiß ist hört ihr das geräusch das ist schleifen und da tut der auch schleifen so so gucken wir mal mehr gucken gleich mal speichern was machen wir jetzt so heute zusammen zappelt Sind sie denn alle schon da? Ja. Korna Korsch. Korna Witt. Und Korna Ba oder wat? Ey Baal! Baal! Kommst du auch mal rum her? Korna Ba. Sag ich doch. Ich bin gut. Ich kann mir richtig guten Namen her. Vor allem so komisch. Ilseflögen. Hier liegt so viel Erz. Da könnte ich mir einfach mal so eine Handvoll in die Krasche stecken. Da ist doch noch ein Häufchen. Ich habe ein Erzheufchen gemacht. Ich habe ein Erzheufchen gemacht. So. Dreht euch alle zu eurem Meister um oder wat? Wollen wir hier löschen. Und dann wollen wir hier mal rein. Für Gomez. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Das Tor kann geöffnet werden. In Ordnung. Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Dann will ich schon mal den Schacht öffnen. Auch wenn du ja gerade an dem Hegel standst. Aber wenn das so ein Ritual für dich ist, dann mache ich das natürlich auch selber. Dreh dich. Eine halbe Drehung. Ah! Hol doch mal das Ding. ist so dunkel. Oh. Ich sehe nichts. Ich will auch. Oh, ich will auch die Erfahrung. Lass mich mal vorbei. Hat das jetzt schon oder wat? Kommt er mit? Hallo? Ach! Ich muss hier erstmal den Schiss da sammeln. Nö. Was war denn da oben? Der Erzklumpen. Was ist denn jetzt? Für Gones. Für Gones. Oh. Ich habe auch gar nicht den angeschaut. Herr Waffe. Möge der Schläfer dich schützen. Ah, dafür brauche ich bestimmte Fagel. Fagel haben wir ja genug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Iiiiiiii. Ähh. Ey, ihr da. Kommst du mal mit. Rrrr. 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 ah 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 sir is that I river hey nö dann mach ich dich irgendwann alleine hä jetzt seh ich ja nix mehr was ist das da hier für ein Schiss hä ich seh nix mehr also ich seh jetzt genauso viel wie ihr nämlich gar nix ach so toll ja danke nix nix mehr drin aber ey oh ne ist da auch noch was drin ach was nein ey oh was ist denn da für ne Schisse haha ja wenn ihr da hier nur am Eingang steht das bringt mir halt wirklich auch gar nix ich will die Fackel da nehmen kann ich die wieder nehmen jaaaah schön ähnliches ist das was seid ihr für feige Schweine ey was soll ich da machen so hier ist geschlossen geschlossene Gesellschaft ich geh mal hier in so ein egelhaftes oh das hier stinkt oh oh da geht das aber nicht weiter ich könnte mir zwei ne 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 bitte nicht oh nö mach das jetzt nicht ich bin festgepackt ich hab doch nicht gespeichert oh kann man das irgendwie äh ich kann nicht ins Inventar ich kann nix mehr machen ach ist das dein Ernst ey oh fick doch deine verfickte Ficke Hilfe warte mal ganz ehrlich ey für Gomez jaaa mh ja mh ja mh ja mh lass mich mal vorbei ja guck doch was da ist auch seid ihr denn dämlich oder wat du hast keine erfahrung oder wat du hast keine erfahrung oder wat wir gomm hallo ja wir ja 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 da ist doch noch so ein Ding da ist doch noch so ein Ding die Waffe weg was ist denn los mit euch ey ah das lief eben besser warte ne scheiße hier das waren so Spiele ey warte kann ich sonst noch wat liegen Fischer oh ja 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 hm 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 mh hm Pass auf, hier. Speichern. Boah, der ganze Schiss hier wieder von vorne losgeht. Ich lerne das aber auch nicht, was? Hey, du Viech. Viecher. 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 Komm mal mit da, ey. Komm mal mit da, ey. Komm mal mit. Komm mal mit, ey. Komm mal mit. Wo ist der jetzt bei euch? Ah! Komm mal mit da, ey. Komm mal. Komm mal oben da. Komm mal mit her. Komm her, komm. Komm, 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 komm. Zieh die Waffe, Leute. Zieh die Waffe. Waffe weg! Kann ich auch mal sagen. Willst du mich anhalten? Kluges Köpfchen. Richtsbescheuert. Das ist richtig bescheuert. Lass mich mal vorbei. Lass mich mal vorbei. So, der Fagel nehme ich jetzt wieder. Weil die ist ja essentiell dafür. Nicht? Ach, halt doch deinen Maul! Man, 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 man. Ich geh nicht nur mal in dieses ekelhafte Rohr. Ich geh auf irgendein anderes. Ich glaube, hier muss ich wirklich durch. Aber erstmal guck ich mal, was hier ist. Das ist auch noch so ein Rohr. Oder ich muss da lang. Das könnte überall sein. Nö, Nö, Nö! Gott, ey! Warum ist es... Hä? Oh! Komm hierhin, Alter! Komm hierhin! Oh, ich mach dich blablabla! Ja. Ihr seht wahrscheinlich nicht so viel. Ja, ja! Da läuft ja noch so ein Ding da rum, da. Das hole ich mir jetzt. Ich seh die leider nicht, sorry. Du ekelhaftes, ekelhaftes Mist! Ey, Scheißvie! Und du? Du willst auch Opferfress, hab ich gehört! Nee! Neh! Neh! Nimm ich schon so ein Heilding? Das macht 50, das macht 70. Da hab ich mehr. Aha! Das geht nämlich schnell Ich hol mal die Fagel wieder Ich muss gleich nochmal speichern Wenn ich die Fagel hab Fagelchen, gib mir das Speichern So, ich speichern nämlich jetzt, weil ich jetzt wieder So ein ekelhaftes Röhrchen gehe Und wenn ich da wieder hängen bleibe, dann muss ich Nicht so lange wieder alles neu machen Ekelhaft hier Hier kommen aber bestimmte Eier raus Das ist bestimmt hier Die Kloake von der Minecrawler Königin, oder wenn es so was gibt Sogar hier in der Wand Als Textur Hör mal Wo seid ihr da? Ich bin der Kammerjäger Ausnehmen Wir dürfen das ja nicht leaschen lassen Häkelchen Wir könnten hier wahrscheinlich auch Ich könnte hier auch überall Fageln verteilen, aber Warte mal, ich schmeiß mal hier eine hin Dann nehme ich eine neue Dann lasse ich immer da eine liegen, wo ich gerade war Man sieht mal vielleicht auch was auf YouTube Ich opfere meine Fageln für euch Da guck mal Ey du Lass deine beschissene Droge werden Ja Das sieht eklig aus Das ist bestimmt nicht so ein Gegner, den ich jetzt nicht schaffe Ah ja, ich wollte jetzt immer ein neues Fageln nehmen Aber jetzt heilen Heilen Wo ist das Fudder? Fudder 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 Alalalalalalalalala Wir dürfen kein Risiko eingehen Boahh, da müssen wir uns immer schön voll eilen Kann man die Zange eigentlich auch futtern? Ich glaub nicht mehr Sengsten Sengsten? Kann man die futtern? Hä? Wo habe ich die denn? Wo sind sie denn? Achtung, oh, jo, 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 hier irgendwo sind sie. Ne, ne, da kann man sie nicht wo dann da unten schaden. So, da oben liegt ne Fagel, aber die ist lange noch dran. Gib mir dat. Gib, gib, gib jetzt her. Gib mir, komm, scheiß drauf. Fagel. So, da wollen wir mal weitergucken. Ich weiß, da unten, da geh ich jetzt gleich rein. Ich wollte nur gucken, ob es hier noch weitergeht. Ich glaube aber nicht, oder? Ach doch. Oh, ne, ne, ne. Das hat hier wieder so ein Ding, wo man hängenbleiben kann. Ich glaube, da soll man nicht lang. Hä? Ach. Ah, okay, okay. Okay. Na gut, dann weiß ich mal da Bescheid. Ja, die da unten, die da war ja nicht so toll. Ich dachte, die kommen jetzt mit. Mach ich da echt mal in den Fass auf und dann kommen die noch nicht mal mit, Alter. Freige Schweine, Alter. Verdammt nochmal, weißt du. Kannst dich auf nichts verlassen. So, gleich geht die Großstadt. Ja, höh, ich scheiße mir in die Hose, wenn ich da reingehe. Ich hab Angst im Dunkeln. Aber ich soll dann da reingehen, weil ich bin ja nur der dämliche Schatten. Ich hab auch einen Schatten. Was ist da denn hier für ein ekelhafter Scheiß? Bäh. Bäh. Ah! Ne! Oh, ich hab mich nicht kommen sehen. Das war gut getarnt. Ich spare jetzt so lange mit. Ah! Ich wollte ja eigentlich mit der Heilung sparen. Aber wenn ich überrascht werde, dann wieder nix. Ich weiß auch nicht, wie man hier Tränke macht. Da gebe ich bestimmt auch. Ja, 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 ja. Da ess ich da, da mal ja he. Aber das bringt ja auch nicht so viel. Da ess ich. Ach, komm, ja, das sollt. Ich hab ja genug Fleisch. Ist ja egal. Irgendwann brauch ich auch keine Heilung mehr. Da bin ich unendlich. Da bin ich unendlich. Mein Krabbler. Der ist leer. Du? Oh, hab ich schon alle gehört. Okay. Das Felgen schon. Gib it. Gib it. Gib da. Oh, wie das stinkt. Kann ich sich wehren? Ist da noch was? Nee. Kann ich sich das wehren? Ich weiß es nicht. Warte mal. Gib mir mal den Ball. Das macht er ja gar nichts. Wehrt die sich. Komm mal, willst du das hier irgendwo raus oder so? Nee. Bäh. Das hat eh klappt. Ich brauche eine Bombe. Oh. Wollte ich nicht. Äh. Gut, dass ihr angewurzelt ist. Aber das macht er ja gar nichts hier. De Pfeilchen. Scheiße, ey. Scheiße. Ach, Herr. Hau mal den rein. Königin. Ja, da schwingst du deinen Tanzbein oder was? Ah, nein. Ah. Egal, Allah. Egal. Die wissen ja jetzt ungefähr, wie es geht. Ich habe doch hier noch Rölchen. Warte mal. Heilung brauche ich nicht. Licht brauche ich auch nicht. Feuerpfeil. Ja, genau, ey. Oh, Gott. Nee. Oh, ist das dein Ernst? Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist unfassbar. Nee. Nee. Das wird knifflig. Aber schön hier, die Eier, wa? Was können wir denn damit machen? Ich hoffe, die anderen Spannen, wenn wir hier so sitzen. Vielleicht müssen wir die ja gar nicht töten. Bäh. Das ist ja ekelhaft. Die sitzt da auf ihrem fetten Arsch. Nein, 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 nein. Obwohl, das gibt halt echte Erfahrung wahrscheinlich. Ja, ja. Wir speichern. Steht da vielleicht irgendwie eine Beschreibung bei den Eiern da? Diese Eier wurden von einer Minecrawler-Königin gelegt. Sie enthalten ein viel stärkeres Deckel als die zangene normalen Minecrawler. Mehr brauche ich glaube ich gar nicht, oder? Ich brauchte nur die Eier. Eier. Ja, ja. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Brennst du eigentlich? Brennst du? Ne. Ich könnte nicht versuchen, aber... Jetzt drehe ich es nicht. Wo ist dies? Wo ist dies? Hey, ne. Ja, dann versuchen wir das. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber so kriegen wir so klein. Ne. Ne, 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 ne. Noch ein Schlag und wir sind weg. Ja, warte, beruhig dich, warte. Wir müssen immer, wenn die geschlagen haben. Jetzt. Ne. Deine. Deine fette Bauch. Na kom. Ne. sei doch mal leise da ich esse mir mal die pilze was macht ihr wert 15 macht wahrscheinlich gar nichts ja sehr aktiv halt doch mal die packen da ja 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 da ist ein assi eigentlich dies ja so gesehen ist ja behindert und wir schlagen bewegt dich nicht auf seinen schwangeren bauch da hat auch gemein es wird gleich keine maincrawler mehr geben hier so eine letzte schlacht 2000 erfahrung geil ich höre dieses zwischen auf wir können die hat die hat nichts ok ist ja auch egal speichern ja geil der maincrawler könig ist fort die ist fort die ist über alle berge also das war die maincrawler königin und ich rufe jetzt hier die maincrawler demokratie aus das heißt ihr könnt euch jetzt den repräsentanten selber wählen es gibt keine monarchie mehr hier bei der maincrawler das habe ich jetzt so beschlossen das läuft irgendwie nicht mehr so gut wie schafft das jetzt geschlossen hier dass ihr jetzt hier nicht mehr ach so egal ich hänge schon wieder fest hallo äh ich will hier hoch ach so ich hätte auch da woanders in langen ist ja egal leute war ist ja scheiß egal oh yeah der kock alarm der wird so richtig der wird aus dem häuschen sein der freut sich bestimmt er denkt sich so jetzt können wir hier aber das erz abbauen da alte gefahr ist gebannt wir kommen es die bedrohung durch die maincrawler dürfte beendet sein das ist eine gute nachricht werde gleich einen boten zu torus schicken naja aber schnell hier war ich habe das nest der königin gefunden im namen der gesamten bruderschaft danke ich dir dafür möge der schläfer auch weiterhin seine schützende hand über dich halten der schläfer erwache lass mich vorbei lass mich vorbei ich habe das nest der königin gefunden du hast mut und kampfgeist bewiesen und eier aus eier aus eier aus ne ne sorry möge der schläfer halt's maul verdammt nochmal da ja ich habe das nest der crawler gefunden wunderbar gehe nun zurück ins lager und beende deine mission kur kalom erwartet dich bestimmt schon ja der wartet schön auf mich der schläfer erwache der hat auch schon einen tee aufgesetzt das ist das ist das ist das ist das ist das ist